Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoCraft und herzlich willkommen zu einer weiteren Troll-Challenge. Ja, es geht weiter, meine Damen und Herren. Nach einer langen Pause gibt es mal wieder Maps, die mich zur Weißglut bringen sollen. Es geht darum, The JoCraft zu trollen, während ich versuche, von einem Startpunkt zu einem Zielpunkt zu gelangen. Wenn ihr auch Troll-Maps erstellen möchtet, dann könntet ihr das über unseren Discord machen. Alles weitere findet ihr auf unserem Discord im Thread Troll-Challenges. Schaut mal gerne vorbei. Und wir starten jetzt die Map bei der Doktor. So, ich muss was machen? Keine Ahnung. Klick. 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 Warte mal. Moment, Moment, Moment. Moment, warte, warte, was? Das ist irgendwie illegal. Es fühlt sich irgendwie illegal an. Ist hier irgendwas? Schwarz. Es geht schon super los, Leute. Ich weiß noch nicht mal, wo das Ziel hier ist. Boah, dieses Klicken regt mich auf. Knopf. Da ist was passiert. Ist hier auch ein Knopf. Das sieht irgendwie... Hä? Moment, stopp. Warte mal, das geht gar nicht. Hä? Hä? Was? Warte mal. Der Weg geht nach links. 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 Der... Leute, ihr seid schon... Das ist schon wieder... Das ist schon wieder zu... Zu deep. Hier ist doch bestimmt was. Wetten. 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 Hier ist nichts. Nein, 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 nein. Hier ist was? Ist hier was? Ist hier was? No. Boah, dieses Klick macht mich wahnsinnig. Oh je. Was muss ich jetzt machen hier? Ah! Warte mal. Da ist was. Da ist was. Habe ich es geschafft? Oh nein. Nein, 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 nein. Ich dachte, ich habe es geschafft. Ich weiß, was jetzt passieren wird. Wir alle wissen, was jetzt passieren wird. Wir alle wissen, was passieren wird. Oh. Oh. Äh. Okay. Jetzt sag nicht, dass ich sterben muss. Nein. Oh, ist das geil. Oh, ist das ein Troll. Ich hätte von vornherein runterfallen müssen. Oh mein Gott, Leute. Ich bin der schlechteste. Ich bin der schlechteste Parkourer in ganz Minecraft. Von allen YouTubern bin ich der schlechteste Parkour. Und ich dachte mir, jetzt stellst du dich einmal gut an. Jetzt fällst du einmal nicht hin. Ich schaffe den Parkour und... Ach, geh weg! Au. Oh. Oh. Das kann nicht wahr sein. Oh. Fängt gut an, Leute. Yo. Die Trollmaps sind wieder zurück. Echt ich. Oh. Ich könnte kotzen. So. Wo war der aus? Da. Da. Siehst du? Oh Gott. Nee. Kinder, ey. Lass sein. Hier. Komm. Lass gut sein. So. Ach. Scheibendreck. Nee. 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 Nee, Leute. Oh, bitte. Das ist doch... Das ist doch... Oh, das kann nicht sein. Oh. Ich hasse Bilder in Minecraft. Also, ich hasse sie nicht. Ich hasse es nur, wenn man so eine Bilderwand baut, weil irgendwas immer dahinter versteckt ist. Kann ich die kaputt machen? Ich kann sie kaputt machen. Ha. Es wurde nicht daran gedacht, dass die JoCraft mit seiner verdammten Wut hier diese ganzen Bilder einfach von der Wand tilgt. So. Hier ist nix. Okay, hier ist nix. Ich bin schon jetzt auf 180, Leute. Genau das. Ach, Gott, ey. Was? 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 Wie? Wie? Das ist nicht... Nope. Achso. Hä? Oh, ihr seid... Oh, nee, nee, nee. Ihr Psycho-Leute, ey. Wie könnt ihr nur... So. Bilder. War nicht. So. Hm. Hier. Ah. Ah, ich seh's. Ich seh's. Okay. Hier war nicht. Nee, nein, war nicht. Okay. Block war auch nicht. Wie kann man nur so diese Lava hier... Ach, nee, warte, da ist was. Ach, da ist was, da ist was. Jo. Jo. Wir haben's geschafft. Das ist gar nicht gut, Leute. Ah, what? Ja, schlecht. 1 zu 0. Nee, 1 zu 1 eigentlich. 1 zu 1. So, Leute, come back here. Ja, 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 ja. Schaut mal, ob ihr mich kriegt. So einfach kriegt ihr mich nicht mehr. Ja, mit eurem dreckigen Dexter-Pack hier. Oh, es tut mir so leid, Neko-Scientist. Es tut mir so leid, aber selber schuld, wenn du dieses Risiko hier eingehst, ja, dich mit mir anzulegen. Okay, also, die ganze Map ist ein Fake, ne. Das heißt, ich wäre jetzt hier reingegangen und wahrscheinlich, ne, beachte nicht die Bilder. Finde den Diamant. Wahrscheinlich ist das so, das ist jetzt eine Aufgabe, die nicht lösbar ist. Dann gehst du hier hin und dann hast du hier einen Parcours. Nur, ich will nicht wissen, was an Sadismus in dieser Map steckt, ja. Das Beste von allem ist, ich mach diese Map im Wissen. Ich denk so, oh, ich schaff das. Ich schaff's bestimmt und ich schaff's dann nicht. Mal gucken, wieso schaff ich diesen Jump hier nicht. Es war, weil die ganzen Blöcke retextured sind. Ja, 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 ne. Und dann, da mach ich hier so ein, oh ja, so ein Ding hier. Oh ja, die hasse ich, diese Viecher. So, zack. Oh je. Ja, ja, genau solche Psychic Trolls sind das dann, ne. Und ich komm hier nicht mehr raus. Geil. Nö. Immer auf dem gekennzeichneten Weg bleiben. Ja, seht ihr? Also es sind so richtig fiese, ne. Bist du sicher, dass dies ein Diamantblock ist? Es ist kein Diamantblock, ne. Es ist Dirt. Es ist Dirt. Seht ihr das Dirt? So, irgendwann kommt man auf den Trichter. Ja, Moment. Hier sind ja unsichtbare Leitern. Aha. Also, das war Zufall, aber well played. 1.17 Trollmap von Riso72. Oh Gott, no. Ich bin gespannt. Okay, ja, eine weitere Trollmap, Leute. Einmal weiter The JoCraft ärgern. Hallo The JoCraft. Dein Ziel ist es, den Knopf dort hinten zu betätigen. Kinderleicht. Kinn der Leicht. Okay. Okay. Kinderleicht. Oh, B. Okay, ich nehme den mittleren Weg. Oh Gott. Hey, was ist das für ein Jerk? Okay, ich habe... Hey, ich spawned. Sehr gut. Okay, weißt du auf. Zurück an den Anfang. Never gonna give you up. Ich gebe dich genauso nicht ab. Ich soll doch nur kinderleicht. Kinderleicht, Leute. Kinderleicht. Kinderleicht hier reinfallen. Kinderleicht hier. Es ist eine Barriere. Es geht gar nicht anders. Aber warte. Hey, ich wurde jetzt teleportiert. Ich schwöre. Digga, ich schwöre. Ich wurde gerade teleportiert. Bruder, das ist nicht möglich, ne? So. Links. Mitte hätten wir weiterkommen können. Junge. Was ist das hier? Okay, schnell, 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 schnell. Oh, es geht. Es geht. Es geht. Man kommt hier raus. Ah. Ich sollte die Minimap deaktivieren, merke ich gerade. Das ist ein bisschen doof, wenn uns hier das angezeigt werden. Du solltest doch den richtigen nehmen. Ist das jetzt nicht der richtige? Oder was? Von. Äh? Äh? Abend. What? Knappe Sache. Bruder, das ist der... Warte mal. Hä? Was war... Was war denn hier? Hier ist nichts mehr, ne? Hier ist nichts. Es muss einen Weg geben. Es muss irgendwas geben, was wir machen können. Ich meine, wir haben diesen Knopf hier. Vielleicht macht der ja was. Ne, der Knopf macht nichts. Hä? Was machen wir denn? Riot. Ja, das ist doof. Falsch. Ich glaube, wir starten nochmal. So, warte. Einmal kurz den Point entfernen. Hinter dem Startraum könnte man noch gucken. Aber ich glaube, hier ist nichts. Hä? Der Knopf in der Lava ist einfach nur Susus. Susus am Mungus. Knappe Sache. Waren die Knöpfe überall? Hier ist keiner. Was ist denn hier? Da ist ein Knopf. Komm schon. Yo. Ah, nee. Hä? Oh, nee. Ach, bitte komm. Das kann doch nicht so... Junge. Ach, das ist doch so fies. Mann, nee. Das gibt es doch nicht. Ich kann ihn nicht drücken. Oh, nee. Ach, ihr wollt mich doch. Nee. Nee. Nein, das kann doch nicht. Oh, Leute. Das ist doch nicht cool. Ehrlich. Das ist... Das ist... Oh, Mann. Ich habe mich gerade so gefreut, ne? Nee. 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 Oh. Oh, ich hasse euch. Oh, ich hasse... Oh, boah. Das ist nicht euer Ernst. Nee. Oh, boah. Ey, fies. Oh, es ist fies. Nein, das kann doch nicht sein. Ich wollte den Knopf nochmal drücken, dann war man hier irgendwie und dann konntest du hier hoch. Dann war ich hier einen Knopf versteckt. Da war der Knopf, ne? Ich bin jetzt den gedrückt, bin ich hier. Hä? Warte mal, vielleicht kann ich ihn, aber warte mal, vielleicht kann ich den Knopf irgendwie von der Seite drücken. Vielleicht gibt es eine Position von der aus, ich den Knopf drücken kann. Von oben? Ja! Von oben! Man kann ihn von oben drücken, weil die Barriere nur zwei Blöcke. Oh mein Gott! Boah! Das ist ja, oh, das ist ja fies. Die Barriere. Die Barriere ist genau zwei Blöcke dick. Natürlich, von oben kann man den Knopf drücken. Yo! Das ist, guck mal, so eine kleine und feine Trollmap. Leute, wenn ihr auch Trollmaps machen möchtet, dann haut sie gerne raus. Das ist ein Riesenspaß für uns alle. Ich liebe eure Trollmaps wirklich und eure Ideen und eure Kreativität auszutoben, mich hops zu nehmen. Zweimal hat es heute geklappt, einmal habe ich einen Punkt gewonnen. Ich glaube, 2 zu 1, damit kann ich leben. Ich hoffe, ihr auch. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute! Ciao, 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 ciao!